In diesem Video geht es um die besten Kugelbahnen. Der Qualitätssieger in unserem Kugelbahntest geht an die Fischertechnik Kugelbahn. Die Kugelbahn für Kinder ab 7 Jahren mit dem beliebten Klangrohren bringt nicht nur Action und Spannung, sondern auch tolle Klänge ins Kinderzimmer. In der Kugelbahn mit Klang sind weitere begeisternde Bauteile wie der Kreiseltrichter, die Wechselweiche und die 90-Grad-Kurven enthalten. Die Murmelbahn beinhaltet drei Modelle und kann mit den Kugelbahnen der Profi-Dynamic-Linie kombiniert und dem Motor-Set XS oder LED-Set ergänzt werden. Die Kugelbahnen von Fischertechnik sorgt nicht nur für jede Menge Action, sondern fördern die Kreativität, Augen-Hand-Koordination, Motorik und das dreidimensionale Vorstellungsvermögen. Das hochwertige Konstruktionsspielzeug wird in Deutschland hergestellt Made in Germany. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Eichhorn-Kugelbahn. Rollbahn mit Autos, Kugeln und Scheiben Auf der Rollbahn können Kinder sechs verschiedene Elemente wie Autos, Kugeln oder Scheiben auf den Schienen platzieren, sodass diese im Zickzack lustig nach unten kullern. Ideale Größe aufgebaut hat die Rollbahn eine Größe von 67 x 56 cm. Kinder können sich ideal hinter die Bahn setzen und ihre Gegenstände nach unten rollen lassen. Mit der Rollbahn wird gezielt das Sehvermögen und die Feinmotorik der Kinder trainiert und sie lernen erste Zusammenhänge zu erkennen. Die Rollbahn ist aus Kiefernholz gefertigt. Für die Farbgebung verwenden wir ausschließlich wasserbasierende Farben, die unbedenklich sind. Sämtliche Holzspielwaren werden zudem regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute getestet. Holzspielzeug mit Tradition Seit über 70 Jahren werden Qualitätsholzspielzeuge gefertigt. Pädagogisch wertvoll fördern die Produkte durch Kombination von Fühlen, Stapeln, Stecken, Schieben und Schrauben die Motorik und Kreativität vom frühesten Kindesalter an. Dieser Artikel wird im neutralen Karton geliefert, nicht in einer bunt bedruckten Verpackung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kugelbahn-Test ist die Roba-Kugelbahn. Die Roba-Kugelbahn aus Holz ist variabel aufbaubar und bietet kleinen Baumeistern bunten Bauspaß und unendlich viele Möglichkeiten, eine neue spannende Murmelbahn aufzubauen. Mit den im 100-teiligen Kugelbahn-Bausatz enthaltenen 20 Glasmurmeln und 80 Bausteinen kann der Murmelspaß beginnen. Bunte und naturbelassene Bausteine aus Holz lassen sich geschickt kombinieren. Das Bauspielzeug-Set beinhaltet Elemente mit Geräuscheffekten wie zwei Glocken und eine Klangtreppe und fördert besonders Kreativität, Geduld, Konzentration und Feinmotorik. Durch die Aufbaumöglichkeiten und damit verbundenen Lerneffekt ist die Kugelbahn, die in Deutschland entwickelt wurde, ein pädagogisch wertvolles Konstruktionsspielzeug für Kinder ab drei Jahren. Alle verwendeten Materialien sind schadstoffgeprüft und zertifiziert. Zusätzlich trägt das Bauspiel-Set das EPH-Qualitätssiegel des Institutes für Holztechnologie. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.